ja dann nehm ich mir jetzt noch Apfel-Zeug Apfel-Stack äh ein Melonen-Dingens nehm ich mir ich nehm mir nen Instant-Health-Punk noch, wenn... wenn ihr gesteuert auf dem Fernseher ist ein größer Kopf, wie soll man da hochkommen? Ihr Speedtranker gute Frage ganz im Ernst, wie soll man da hochkommen? viele manche verlocken einen nur dazu Speed 4 Speed 4 und Jump Boost 4 richtig kombiniert dann haben wir vielleicht auch noch was Gutes ja, wie teilen wir jetzt auf? jeder drückt Shift und klickt ein bisschen random rum, oder wie? ja, ich mein, wenn die ganze Zeit keiner wirklich wünscht hat irgendeinen Trank zu haben oder so, dann nehmt ihr das durcheinander einfach raus ich nehm mal Regeneration nehmt jetzt einfach die Tränke durcheinander raus nehmt jetzt einfach die Tränke durcheinander raus so so ich versuch dann mal aufs Sofa zu jumpen, ne? ja ich wollte nochmal an den Zuschauer sagen alle, die grad hier mitspielen ähm sind auch in der Map als Actionfigur zu finden später wuhuuu ich weiß, wo ich stehe falls es keinen noch aufgefallen ist ich weiß, wo ich rumgummel ich hab mich leider übersehen ich hab mich leider übersehen ja, du bist sowieso der Chiller der Chiller schlechthin ähm Pille hast du Speed und Jump Boost? äh nein, ich hab nur Sprungverstärkung gibt's noch irgendwo Sprung? ich hab noch nen Speed Trank, ich geb dir einen komm äh, klick 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 so, dann kann man ja von hier so ja, ganz normal springen geht nicht hab ich schon probiert da verfehlst du ganz knapp ja, ich weiß also vielleicht ne einmalige Sache so Pille steht hier noch also, du hast Sprungverstärkung mhm ich hab der Berater aus dem Hintergrund hier äh, man kann auch noch aufs Kabel springen, Leute weil das ist noch ein Blockfeuer Schnelligkeit, zwei Minuten ja, das geht ähm aufs Kabel aus dem Weg aus dem Weg ja mit dem Kabel meine ich das verfehlst du ganz knapp ok auf dieser Spur hier na dann komm mal rein möchte ich mit dem mit dem Rückstoßschlag schauen jetzt zu spät wenn du springst hin da schlag die alle rüber wuuuuh hau mich rüber hau mich rüber hau mich rüber und ich bin daneben hau alle rüber hau alle rüber und los eeeeh eeeeh wow jetzt hab ich jetzt hab ich da extra Tränke für verschwendet eeeh eigentlich hätte Varelippe den Trank nehmen sollen ja hier sind noch Steaks ey warte ähm Philipp du kannst ja achso ne die Tränke sind jetzt weg du hast wieder einen Schlag verdienen Varelippe jetzt so mit dem Schwert war ja mal richtig geile Sache ja ich werd die jetzt nicht mehr für Monster verwenden das Schwert hat aber jetzt auch nur noch einen Schlag übrig glaube ich schlag dich selber wir müssen auf die Lehne ja und wie kommen wir da auf die andere Lehne drauf keine Ahnung Fallschirmspringen vom Dach aus also ich weiß ja nicht aber ich hätte noch Sprung und Speedtränke ne ja ich glaub das bringt aber nichts wirklich doch doch wenn du hier Sprung hast kommst du ja auch hier ähm die Treppe da äh ne Leiter ist mhm da beim grünen ach beim grünen ok wir kommen rüber aaaah ich hab ein halbes Herr ouch ich hab ein halbes Herr uh da ist ein äh äh in der Kiste ja ich glaub die hatten wir schon kann gut sein die ist so in der Mitte des Teppichs deswegen da sind äh äh 24 Steaks drin gewesen ach Fail da ist ein Witherkopf hinten auf der Lehne äh den hab ich eigentlich schon und ein Kuchen äh Remixi krümelt der wirklich so auf dem Sofa rum das ist ja wieder nicht ach jetzt erkenn ich das Muster von dem Teppich ach hier oben meinst du kommst du dann irgendwann dann wieder runter oder ja morgen ja noch kurz umgucken also entweder bin ich blind oder hier sind keine Witherköpfe mehr ich glaub hier sind keine mehr doch hier hier ist noch einer du bist blind ok momentan kein Stream oh mein Gott was ja der Ausblick ist wirklich Hammer und da unten die zwei kleinen guck mal krasse ja wer ist denn da unten wir kommen jetzt mal runter wir kommen jetzt mal runter wink mal in die Kamera momentan läuft kein Stream moment geht das nicht hier steht grad momentan läuft kein Stream ja steht da und da steht jetzt offline hmm dann passiert weil ihr müsst wissen wir streamen auch also der ja wissen die ja Livestream gut am Anfang gesagt ach Livestream wie langweilig ist ja so live ja ist nebenher das ist der erste Versuch mal einzustarten ne wenns halt nicht klappt dann ah klappt halt nicht ne kommt der jetzt da runter ich bin schon unten ich bin schon unten ich bin schon unten ich bin schon unten Littermaus 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 sind wir wieder unten hier falls irgendwie irgendwo ein neues Schwert mach das wenn irgendwo ein neues Schwert sein sollte ne ich hab irgendwie nur noch ist fast kaputt wahre Nippe lauf doch nicht lauf doch nicht vor sag doch bescheid ich komm doch hinter dir her treffen dann der Tür ich denke mal im Remix dieses Zimmer haben wir jetzt nix groß mehr zu suchen oder nö nur noch große Köpfe aber das ist jo Checkpoint einmal bitte danke also ich ich bin bei der Tür in Tür angeln Dinge der Ultrawiff muss grad gucken dass er einen Livestream nochmal hinkriegt und dann kommt er am besten den könnt ihr dann porten oder er geht schon ja er kann sich ja dann porten ja der Stream läuft wieder was sieht das aus Schlafzimmer Schlafzimmer jetzt suchen wir mich jetzt suchen wir mich so Leute jetzt geht es weiter nach kleinen technischen Problemen global links hey hey wo wer wer hat das gesagt wer hat das gesagt ich seh den ganz genau wo bist du hin ach so der Alan äh ich wag dich mal durch die Spinnnetze hier oh oh ich seh Pille ich seh Pille wo denn Creeper Creeper da ist so ein ganz großer Schrank wo der drin steht ho der Schrank steht im Schrank äh ganz kurz Alter ja und Leute ihr verteilt euch zu sehr ja Leute ich bin grad im Wäschekorb bei der dreckigen Wäsche ich bin bei P3 ja Leute ihr verteilt euch wirklich zu sehr ich kann nicht alle auf ein Bild kriegen ich bin gerade mal kurz hinter am Schrank um zu gucken neben Quest neben Quest schnauze jetzt weit oben auf dem Kleiderschrank befindet sich die Truhe nahe einem Abgrund platziert boah ich seh einen mhm ok das heißt erst auf den Schrank drauf und dann runter springen zu Pille entdecke die Möglichkeiten wir sind Checkpoint bei dem einen Schrank ah ok Pille kommt auch langsam wieder ach Checkpoint ja ich muss mal gucken dass der Halt zusammen bleibt Nico ist irgendwo hinterm Schrank ja drück doch Entschuldigung ja ich bin kurz hinterm Schrank und der Schrank steht im Schrank ich komm immer noch nicht drauf klar aber ich muss immer da durch ein paar Spinne jetzt ja ja du kannst ja auch einfach nicht porten dann können wir später zusammen dahin gehen verdammt hey ich hab mal eine Aufgabe zuerst geschafft wuhuuu huuuu so fehlt noch mehr oh jetzt hör auf außer Snowball und Fehler ey du bist so eine Gurke weißt du das du bist ich bin gleich sauer aber richtig ne sauer Gurke du willst du zuerst dann lasch lasch den Button warte Leute wartet ja wartet noch auf Snowball ich hab nur noch ein halbes Herz hallo musst du essen hab ich schon mach ich grad schon die ganze Zeit oh lalala 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 noch ein Schädel ja ich hab auch schon wieder neun Stück gefunden und los ja auch neun ich hab einen ich hab noch gar keinen Niko hat wer die Schädel mitgenommen aus der Kiste Niko 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 geht grad seinen eigenen Weg hinterm Schrank Niko das wärs fes ich war kurz hinterm Kleiderschrank uuuu oh was haben die denn für ein Bett da ist Sprung verletzt ich muss nur noch wissen wo ihr seid im großen geräumigen Kleiderschrank wir sterben dann ist der Checkpoint Niko 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 Weiß Und da geht's wieder weiter Punkt einfach so machen dass der der wenn man denn nach oben können auf pass auf schon das fällt wie ich in dem raum wo der typ finden ist er halt da ist er auch hier mitspielt er geht immer zuvor und er ist nicht im plan wenn die idee in den oben auf die höchste ich drück bei oben ja wie ich sie tut mir leid und wenn man den spielten so ich habe die kiste gefunden ist egal dadurch war jetzt nicht so um die davor das heißt dass das nicht oder was gefunden bitte mal ruhig ein schwert ich kann keine römischen zahlen 7 also ich habe eben vier helme vier vier leute vier goldhelme mit dorndreischutz vier der rest ihr habt ja noch euer der kriegt er noch ein scherfesteinschwert Und wo ist Snobber? Noch ist mein Rollstuhl am nächsten Rüstung. Grabelt ruhig durcheinander, dann versteht man euch gar nicht. Ja, weg ist es. Wir haben es gleich. Ah, noch ein Schädel. Ich habe auch schon wieder neun Stück gefunden. Und bloß, habt ihr ein Schädel gefunden? Ja, auch neun. Ich habe einen. Ich habe noch gar keinen. Hat wer die Schädel mitgenommen aus der Kiste? Nico geht gerade seinen eigenen Weg. Hinten, dahinter im Schrank. Ah, eigentlich zure ich jetzt wieder. Das war jetzt vieles. Ich war kotzt am Kleiderschrank. Uuuuh. Boah, was haben die denn für ein Bett? Da ist Sprung, weil jetzt nicht mehr Unterschiede. Ich muss nur noch wissen, wo ihr es da seid. Im großen, geräumigen Kleiderschrank. Geh sterben, dann ist er Checkpoint. Da, hätte ich nicht. Hey, Petri. Okay, ich habe euch geprüft. Oh nein, ich komme da nicht um die Ecke. Der hat mich runtergekriegt. Ey, die krümmelt ja auch überall hin, oder? Nein. Huh. Au. Ich bin das asozial. Sie hat mich runtergesmasht. Nein, ich bin hart gewusst, was sie macht. Wie ihr euch anäumelt. Anäumelt? Ich meinst trollt. Oh, was war das denn? Das ist... Er hat Kling gemacht. Hast du dein Schwert kaputt gegangen? Ja. Oh, jetzt hast du dein Schwert an mir ver... Okay. Also, ich denke mal... Ach nee, da geht's noch weiter, okay. Ach, verdammt, ich bin runtergefallen. Kommt man aus der Schublade wieder auf den Rand hoch? Weiß ich nicht. Ich wollte jetzt erst mal die Wizard-Köpfe hier holen. Hallo, Freunde. Da hinten ist ein Ausgang aus der Schublade raus. Oder ein Eingang, ich bin mir nicht so sicher. Entweder ist hier ein Aus- oder Eingang. Ach, da ist wahrscheinlich hinten rum im Zwischenraum. Oh, hier ist die Kiste und ein Spanner. Nein, Wizard-Skelett. Nein! Ach, Mann. Äh, hier sind Wizard-Skelette. Ich brauch mal was Hilfe hier. Stürb. Gern die Kiste. Kiste mit Helm. Mit Helm. Ich hab sie gesaved. Ich brauch die Helme nicht. Gib mir einen Helm, gib mir einen Helm, Flo. Gib mir einen Helm. Kommt nach vorne, kommt nach vorne. Was ist mit meinem Helm geklappt? Und da geht's wieder weiter. Man müsste die einfach so machen, dass der, der... Wenn man denn nach oben könnte. Nee, pass auf, pass auf. Wenn man sich runterfällt, wie ich. In dem Raum, wo der Typ's finden ist, der halt da ist, ne? Der auch hier mitspielt, ne? Der geht immer zuvor. Der hat das nicht einen Plan. Benni D. Yay! Bin oben auf dem Tisch. Ich drück mal hier oben, Check, Leute. Ja, Remixi. Tut mir leid, du konntest raten mitspielen. So, ich hatte Kiste gefunden. Ist egal. Dadurch war jetzt nichts unfair. Mit dem D davor. Das heißt, dass das Pelé jetzt vorgeht. Nico hat was gefunden. Bitte mal ruhig. Dein Schwert, äh, ich kann keine römischen Zahlen. V, I, I. V, I, I. Sieben. Äh, sieben. Äh. Also, ich hab eben vier Helme. Vier, vier, Leute. Vier Goldhelme mit Dorn-Dreischutz-Vier. Gib mir einen Helm. Boah. Ja, ich würd jetzt auch einen nehmen. Nico bekommt einen Helm. Wahre Lippert, glaub ich auch, weil der sowieso kaum war, dann auch. Ja, das stimmt. Und, ja, dann bleibt noch Snowball über. Der Rest, ihr habt ja noch euer Deal. Ähm, wer kriegt noch ein schärfer Steinschwert? Und wo ist Snowball? Noch ist mein Holzschwert ein bisschen. Brabelt ruhig durcheinander, dann versteht man euch gar nicht. Ja, wer kriegst denn jetzt? Mein, mein Holzschwert ist noch so ein bisschen. Ich sag gar nicht, wenn ich eins brauche. Ich brauch doch keinen, okay, ich sammle ihn auf. Jetzt hast du ihn. Du brauchst die Toilette in der Ecke. Was? Wille, ich seh dich! Ja, ich weiß. Äh, ich wollte grad sagen, du hast leuchtende... Leuchtende Nippel? Ja. Was war jetzt mit dem Schwert? Was war jetzt mit dem Schwert? Was war jetzt mit dem Schwert? Ja, ich hab noch eins. Das ist ja schön. Wie viele waren da drin? Waren zwei drin. Kann das sein, dass ihr irgendwie... Wem hast du jetzt das andere gegeben? Wart ihr schon da an der Kiste? Niemand. Ja. Ja, Nico, dann verteilen wir das zweite Schwert an einen. Der, der... Ich hab ja gefragt, wen. Ich hab nur zwei Rüstungsteile. Ähm, mein Schwert, also ihr könnt gerne meinen Schädel dafür haben. Warte, warte, ich muss mich in die andere Richtung hauen. Dann kommt ich auf das weiße Ding dran. Ja, wohin? Beziehungsweise, Marileber hat auch noch das Schwert, oder? Nee, nee, hol du mich mal, warte. Einen Schlag wahrscheinlich. Das hast du gut gemacht. Selber drauf springen klappt auch. Jetzt hab ich nur mal ne Frage. Was ist denn das hier? Ein Toiletter. Nein, so ne Art Lüfter. Ach, so ein Raumlüfter. Heizung, Immobilienheizung. Ja. Jetzt wird's komplett... Ja, ach, komm. Arschbombe! Konvertiert, du meinst zu tief. Ach, komm. Marileber, könntest du vielleicht einen Schlag geben? Oh. Was doomed to fall bei Pills? Bist doch hinterher gesprungen, oder nicht? Ach. Volle Heizung eingesaugt. Ich geh da mal aufm Bett weiter. Ich folge dir. Ja, ich glaub, das wär der richtige Weg. Da oben ist nur... Da oben ist nur Mr. Enderman. Den muss man ja nicht besuchen. Es ist 10 Uhr. Oh mein Gott. Das sind Tisla-Spulen auf den... Ich hab den Wecker ausgemacht. Der Wecker ist eine versteckte Aufladestation. Aha. Was wird denn da aufgeladen? Das heißt, welche Batterien sind nicht... ...Insels, oder was? Ups. Was wird denn aufgeladen? Vielleicht das Leben, oder so? Geh mal runter da. Boah. Nein, jetzt leuchten Pills Nippel nicht mehr. Oh doch, ist Regeneration für kurze Zeit. Ganz genau. Wie hat das nicht funktioniert? Und los. Achso, doch. Ah. Hey, das ist komisch. Wer will denn... So, dann rennen wir erstmal aufm Bett von Remix ist eltern. Wer will denn den Elterschädel? Also ich würd... Du? Nimm ihn doch selber. Zum Schluss können wir doch eh das... ...das Zeug zusammenlegen. Ich dachte... Und verlieren tun wir uns beim Toten nicht. Weakness erwarten. Du rückst einen auf. Jetzt gucken wir erstmal, was seine Eltern hinterm Bett haben. Ist ja sauberer als... Das wollen wir gar nicht wissen. Ist ja sauberer als bei dir. Den Fallen zu Flammenbedienern auf den Nachricht schieben. Na? Die haben auch in jedem geholfenen Fernseher. Ja, wir sind halt... ...nicht aus der Mode. Kannst du mal aufhören mit Augen in den Gesichttränen zu kennen? Aber du... Echt? Rechts um! Ja. Ah. Gespawned von Flix. Äh, wir haben doch noch diese Jumptränke, ne? Ich geh mal kurz aufs Bett. Stimmt. Ja, los. Nette Idee. Trau dich. Trau dich. Puh. Danke. Hahaha. So, wartet da mal auf Pille. Ja, ja. Werde ich. Ich wollte mir nur eine freie Position schaffen, weil... ...sonst passiert hier irgendwas. Internet. Intranet. Ja, bei mir ist man schon mal das Internet. Trau dich. Na, Ultrawiff, bitte nicht in mir stehen bleiben. Oh, ja. Du doof, du. Los, zitt mich an, Zombie. Zitt mich an. Also, mein... Nico versus Zombie. Ja, Zombie-Wirms. Das ist auch gut. Oh, jetzt hier ganz schnell das aus der Truhe klauen und wieder abhauen. Wint das Socken? Wint das Socken? Ah! Das sind Socken, ja. Oh mein Gott. Ich hoffe, man ist auf Socken und Hosen. So, ich werde gleich bekannt geben, wenn ich hier so sicher stehe, was ich gefunden hatte. Okay. So. Äh, Geschwindigkeitstränke vier. Jeweils vier Stück. Der Stufe vier, vier Stück. Geschwindigkeit 16. Ich bin aus der Schublade gefallen. Nico, du bist so ein... Du bist... Ja, du bist lustig. Remixi, ich bin in den Socken deiner Eltern gefangen. Ja, porte dich mal zu mir. Es ist eine ausweglose Situation. Ja, ich bin mit am Schock, hier fehlt auch ein Gang raus. Leute, ich habe eine Kiste gefunden mit acht Steaks. Okay. Oder komm einfach mal... Und ich warte mit dem... Oh, ja, da... Warte mit dem... Warte mit dem... Oh, tatsächlich. Wirklich gefangen? Oh, tatsächlich. Na? Fuck, ey. Ach, ja. Da guckt man voll viel nach. Ja, Betriebsblindheiten nennen sowas. Das ist aber nicht schlimm. Das haben sogar die größten Scheffe. Leute, kommt ihr dann mal auf den... In den anderen Schrank so rein. Ja, ich... Ich verschwende jetzt mal kurz einen. Na ja, verschwende nicht Geschwindigkeitstrank. Ich komme mal hier aufs Kissen. Wo seid ihr? Ich sehe euch gar nicht mehr. Ich bin auf dem Bett. Wo? Wo? Wo ist hier? Ah, da unten? Nein! Ich bin schon da runtergefallen. Wo seid ihr denn, Leute? Ich komme... Ich bin bei der Schublade. Remixi? Dann sammelt euch erstmal hier. Ich bin aus der Schublade raus und werde gerade angegriffen. Jihah! Ich könnte... Remixi? Ja, ja. Weißt du, wo der nächste Checkpoint ist? Sie ist schlau. Warum? Weil ich schon in einem anderen Schrank bin. Ich bin Hexe, sie ist dort. Warte, ich komme erstmal zu dir. Du hast oben nichts mehr an. Ich komme jetzt auch zu euch. Wir sind hier unten. In der Nähe von dir. Siehst du das nicht? Ja, doch, da hinten. Aber ich will den nur nicht drücken. Oder soll ich den schon mal drücken? Ja, musst du die anderen fragen. Ja, lasch den... Lasch das Ding. Nee, nicht hier runter. Du musst da irgendwie wieder zurück, Ultrawip. Geh, wahre Lippe, dann warte ich erstmal. Ja, ich weiß. Ich bin da rausgefallen. Deswegen schweiß ich ein bisschen länger hier. Ja, ihr verteilt euch zu viel. Leute, ihr müsst in den anderen Schrank. Ich glaube, links rum. Ja, wo ist der denn? Hinter der Schublade rechts. Und dann auf den Boden. Durch die Wand durch. In den anderen Schrank hinein. Ach Gott, die sind unten auf dem Boden. Okay. Also, die Schublade raus und dann rechts. Da, da, ich sehe Pülle. Ich sehe Pülle. Ja, da, da, da. Wir sind auf der anderen Seite groß. Ja, wir sind alle hier unten. Du bist falsch. Ja, ihr müsst da oben. Ne, ich habe hier den Checkpoint gespächt. Dann, dann lass mich richtig. Dann komme ich zu dir. Ja, ja, Remix, ich glaube, ich bin auch gefangen. Gefangen? Ah, scheiße. Also, das muss ich dann nochmal überprüfen. Oder? Na, da. Vielleicht auch nicht. Willst du sterben? Ja, ich habe oft an Ausgänge gedacht, aber... Ja, ich habe oft an Ausgänge gedacht, aber...